Fisch auf Lauchkartoffeln, Krautrollchen im Jufka-Teig, Hähnchen asiatisch aus dem Wok und eine Pasta mit Steinpilz-Sugo. Also lauter Gerichte, die im Handumdrehen fertig sind und die alle eins gemeinsam haben. Sie sind nämlich in jeder Hinsicht leicht. Also kalorienarm und mühelos gemacht. Und da ist sicher was für Sie dabei. Als erstes machen wir jetzt Fisch auf Lauchkartoffeln. Fisch ist ja immer eine leichte Speise und hat ja auch den Vorteil, dass er schnell gar ist. Die Kartoffeln hingegen brauchen ein bisschen länger. Wir schneiden sie ungefähr wie Pommes frites. Und hier kommt auch schon der Fisch. Das ist ein wunderbares Stück Filet. Nicht etwa Lachs, wie man meinen könnte, von dieser leuchtenden Farbe. Es ist eine Nordmeerforelle. Aber bevor wir den Fisch überhaupt brauchen, müssen wir das Gemüse in den Weg setzen. Ich habe jetzt hier noch eine Lauchstange. Diese äußere Schicht mache ich weg. Und das ganz dunkelgrüne auch. Wollen wir hier nicht erstmal Butter reintun? Genau. Aber wir wollen ja Kalorien sparen. Also jetzt nicht ein großes Stück, sondern ein Teelöffel. Der genügt. Und dort hinein gibst du dann die geschnittenen Kartoffeln. Und den Lauch, den schneide ich jetzt erstmal längs in zwei Teile und ruhig auch nochmal andersrum drehen, sodass ich ihn geviertelt habe. Und jetzt in Zentimeterbreite Stücke. Und das kommt einfach oben drauf und wird auf milder Hitze weich gedünstet. Also ich habe hier eine festkochende Kartoffelsorte genommen. Die sind nämlich weniger kalorienreich als die mehlig kochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln. Salz gleich von Anfang an rein. Kartoffeln brauchen ja immer ganz schön viel. Und ich gebe natürlich auch nicht nur Pfeffer, sondern auch in diesem Fall Muskat dran, weil das passt sowohl zum Lauch wie zu den Kartoffeln sehr gut. So, nochmal. Und jetzt müssen wir die Hitze so klein halten, dass es dünstet, aber nicht ansetzt. Und damit es nicht ansetzt, geben wir ein bisschen von der Gemüsebrühe dran. Dann den Deckel drauf. Hand. Ah, natürlich ein bisschen Chili. Ein ganz kleines bisschen Chili. Und jetzt Deckel drauf. Ungefähr eine Viertelstunde leise dünsten lassen. So, hier habe ich schon mal die Pfanne. Ja, wir wollen nämlich einen kleinen Knusper machen, der nachher auf den Fisch gestreut wird. Das ist dann nicht nur ein Kontrast im Biss und gibt nochmal einen zusätzlichen Geschmack, sondern ist auch eine Art von Beilage. Und diese Pumpernickelscheibe schneide ich jetzt erstmal in schmale Streifen und zerkrübele sie dann aber auch noch. Und dann nehme ich ein Stückchen, ein kleines Stückchen Butter. Wir wollen ja Kalorien sparen. Ja, und was auch noch sehr wichtig ist, sind Kräuter. Ich habe hier eben Dill abgezupft und natürlich auch ein bisschen Petersilie. Und das wird dann zusammengemischt. Und dann gebe ich diese Krümel dazu. Und die dürfen jetzt richtig kross rösten. Aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Das merkt man nämlich nicht gleich bei dem dunklen Brot. Ja, aber man riecht es. Und die werden auch gewürzt noch mit Salz oder mit etwas. Ich würde jetzt ein bisschen Schärfe, würde ich jetzt noch dazu geben. Und zwar nehmen wir da einfach ein bisschen Chili-Pulver. Gutan. So, das röstet schon. Dann kriegst du jetzt hier. Ich gebe mir nicht alles, sondern nur gut die Hälfte. Und die andere Hälfte kommt ins Gemüse. Ah, okay. Dann gucken wir mal, ob das soweit ist. Und das rösten wir jetzt noch ein bisschen, dass es Biss bekommt. Gemüse ist auch gut. Dann kannst du natürlich sofort den Deckel weg. Du kannst die Kräuter schon mal reingeben. Der Fisch ist nämlich innerhalb von ein, anderthalb Minuten gar. Ich schneide den in zwei Stücke. Ich würze ihn von beiden Seiten. Einmal mit Pfeffer und einmal mit Salz. Und dann sofort in den Topf. So, die schöne Seite nach oben. Ein bisschen inzwischen den Lauch und dann den Deckel drauf. Und anderthalb Minuten und schon ist der Fisch fertig und wir können servieren. So, jetzt knuspert es schön. Und daher kommt auch der Name. Und unser Fisch, der sieht jetzt genau richtig aus. Er ist nämlich oben noch glasig. Ich drehe ihn jetzt um und jetzt ist er von der Unterseite gar. Und diese obere glasige Seite, die zieht jetzt auf dem heißen Lauchbett nach und schon können wir anrichten. Das geht wirklich ruckzuck, wie versprochen. Dann gehen wir mal auf den Teller. Ich nehme das also zusammen raus aus dem Topf. Gibt es hier auf den Teller. Also das ist jetzt eine Portion für zwei Personen. Da braucht keiner Angst zu haben, dass man da nicht genügend zu essen bekommt. Da wird jeder satt und glücklich. Ja und dazu habe ich einen leichten Riesling von der Mosel. Trocken und trotzdem sollte er nicht mehr als elf, elf und halb Prozent haben. Aber es geht wirklich nur um dieses Gläschen. Jetzt nicht gleich zwei, drei oder noch mehr trinken. Und gegen den Durst gibt es natürlich Wasser. Das ist ja klar. Und ganz zum Schluss kommt natürlich der Knusper drauf, der dann wirklich oben, rundherum und überall für Biss und Farbe sorgt. Und der darf wirklich im allerletzten Moment direkt vorm Essen erst drauf kommen, sonst weicht er ja wieder auf. Unser nächstes Rezept. Dafür wickeln wir Sachen in Jufka-Teig. Und wir wickeln darin ein eine Mischung aus Chinakohl mit Feta-Käse. Und als erstes, da habe ich eine halbe Zwiebel fein gehackt. Und in der Pfanne ist hier ein knapper, aber eigentlich nur ein gestrichener Esslöffel Olivenöl. Da wird die angebraten und etwas später kommt dann auch noch eine Knoblauchzehe dazu. Diese Teigblätter, die gibt es in eckig, die gibt es in rund. Es sind immer mehrere Teigblätter übereinander, deswegen nennen sie es auch gerne Blätterteig. Das hat natürlich mit Blätterteig, wie wir ihn verstehen, nichts zu tun. Und man muss es dann eben für die Zwecke, für die man es braucht, entsprechend zuschneiden. Ich schneide jetzt einfach hier durch alle Lagen durch, das in solche Rechtecken teile. Da kann ich was einwickeln und wir legen es dann auf ein Backblech. Und in der Zwischenzeit schneide ich hier den Chinakohl in Streifen. Die äußeren Blätter, die habe ich also schön abgewaschen. Wenn man hier so einen festen Kohl hat, da ist ja innen nichts zu waschen. Braucht man natürlich nicht waschen. Die Füllung kann natürlich absolut vegetarisch bleiben, wenn man das mag. Ich mache ein ganz bisschen Wurst rein, und zwar nämlich die berühmte italienische Salsiccia, also die grobe Bratwurst, die mit Fenchel gewürzt ist. Wenn Sie die nicht kriegen, ist auch kein Problem. Dann kaufen Sie einfach grobe Bratwurst und holen sie aus dem Darm und rühren die Gewürze, die Sie drin haben wollen, einfach selber rein. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt die Hülle weggemacht und zerpflückte es jetzt in solche Teile, weil ich will ja nur sozusagen das Fleisch als Gewürz in meine Päckchen packen und habe außerdem noch zum Einpacken Feta. Das ist der berühmte Schafskäse aus Griechenland oder aus der Türkei. Und der wird auch zerbröckelt. So, jetzt habe ich hier den Knoblauch mit dazu gegeben. Es ist ganz wichtig, dass der erst zum Schluss kommt. Der darf ja nicht verbrennen, sonst wird er bitter. Und dann gebe ich ein Gewürz dazu, das heißt Pulebiber. Und das ist nichts anderes als Chiliflocken. Und die sind manchmal geröchert, manchmal geröstet, manchmal ganz pur. Da kann man auswählen im türkischen Lebensmittelladen, was Ihnen am besten gefällt. Und ich tue außerdem... Wollte ich noch was sagen, wenn man schon mal im türkischen Laden ist, dann kann man ja auch vielleicht ein türkisches Lammwürstchen oder Lammhack mitnehmen. Ja, ja, genau. Oder mehr Gäse beim Metzger bestellen. Also man kann da seine Fantasie spielen lassen. Jetzt kommt gleich der feine geschnittene Chinakohl. Sie können statt Chinakohl auch Spinat nehmen, der blanchiert ist. Die feine Streifen, würdest du sagen, sind alle eine? Ja, ja. Und die Strünke brauchen immer länger, oder die Blattstiele brauchen immer länger als die Blätter. Deswegen tun wir die als erstes rein. Es kommt auch gleich ein bisschen Salz dran. Und das lassen wir jetzt ganz langsam weichdünsten. Pfeffer dazu. Der Kohl hat ja wirklich ganz, ganz wenig Kalorien, vor allem der Chinakohl. Wie viel waren das jetzt? Wie hat das das abgewogen vorhin? Das waren 150 Gramm Blätter. Gewürzt ist es genug. Dann kommt der Deckel drauf und dann lassen wir das ungefähr 10 Minuten richtig schön durchdünsten. Diese Teigblätter nimmt man einzeln und legt es glatt aus. Und dann bepinsel ich jeweils das ganze Blatt mit ein bisschen Milch. Dadurch wird es weicher und kann sich schon mal ein bisschen besser an die Zutaten anschmiegen. Dann kommt drauf ein Löffel von unserem gedünsteten Kohl, der ja schon gut gewürzt ist. Einfach so auf einem Ende, so ein, zwei Esslöffel, ein wenig Feta-Käse da drauf verkrümeln. Von der Salsiccia ein kleines Stückchen. Also Sie sehen, gar nicht viel. Und noch einen kleinen Löffel Joghurt. Der gibt dann nochmal eine Verbindung. Und das kann man natürlich, wenn man will, nochmal zusätzlich mit Pulbiber und mit Pfeffer. Und Sie können auch Kräuter dazu. Also an der Würze darf man nicht sparen. Und jetzt klappen wir das rechts und links oben drüber und falten das untere Ende auch oben drüber. Und jetzt haben wir hier ja eine längere Fläche. In die wickeln wir diese Geschichte ein. Na, während du das wickelst, kann ich mich mal der Soße widmen. Genau. Und zwar machen wir da eine Mischung aus Tomatenpüree. Man kann auch passierte Tomaten nehmen. Und Tahini, das ist die Sesampaste, ist natürlich ein bisschen kalorienreich. Aber etwas Fett muss auch sein, schmeckt auch gut. Und man braucht ja nicht viel davon. Genügt für diese Menge. Die sind ja nur gestrichen voll. Und da kommt jetzt noch rein eine Knoblauchzehe. Die haue ich einfach hier so platt. Kann ich sie schälen. Dann können wir sie noch vielleicht zweimal durchhacken, damit sie auch vom Nixstab gut ergriffen wird. Und dann brauche ich Zitrone. Und zwar am besten so eine große, einmal phitanische. Oder die kommen auch aus Griechenland, aus Spanien. Und diese Zitronen haben die wunderbare Eigenschaft, eigentlich keine Kerne zu haben. Die sind ja so saftig. Sehen Sie das? Da brauche ich nur eine halbe Zitrone. Und von der werde ich jetzt auch noch die Schale dazu reiben. Und dann kann man das Ganze mixen. Nur ganz dünn abzureiben. Schauen Sie, da ist wirklich nur das Gelbe. Das ist das Beste. So, dann nehmen wir einen Nixstab. So, jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Da unser Tomatenpüree bereits gewürzt war, könnte es sein, dass das bereits ausreicht. Doch, fehlt Salz. Säure stimmt. Auch ein bisschen Schärfe kann man eigentlich auch noch haben. Schärfe kann ich dir hier zur Verfügung stellen, in Form von Poulbiber oder ein ganz normales Chili-Pulver. Fatali. Fatali. Richtig schön, aromatische, karibische Chili. Nur so eine Messerspitze. Das reicht vollkommen. So, jetzt dürfte das in Ordnung sein. Und die kann ich jetzt schon mal hier reinfüllen. Dafür schenke ich nichts von. 18 Röllchen habe ich jetzt hier gewickelt. Das ist eine ganz schön stattliche Menge. Und zusammen mit der Soße... In zwei Minuten fertig sind wir doch ein bisschen länger gebraucht. Ja, mach dich bitte nicht lustig darüber, weil natürlich die Bastelei dauert. Das ist ganz klar. Aber das kann man ja morgens machen. Und dann wartet es, bis die Gäste kommen. Und man schiebt es jetzt nur noch in den Ofen. Den habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Heißluft. Das wären 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann brauchen die ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Sie sollen eine schöne Farbe haben. Halt, ich habe sie ja nicht eingepinselt. Wollte ich gerade sagen. Halt, das Pinseln nicht nur innen, sondern eben auch außen. Denn, wie gesagt, sie sollen ja schön knusprig werden. Und was habe ich gesagt? Die Kalorien für diese ganze Portion. Das sind 700 Kalorien. Die Zutaten, die ich jetzt hier verarbeitet habe. Kommt noch unsere Soße dazu, die 200 Kalorien bringt. Jetzt habe ich also für 900 Kalorien, ich rede schon, als ob das was kostet. Es kostet mich. 900 Kalorien. Und davon werden vier Leute glücklich oder zwei Pappsat. Ja, das kann man also auch noch durchaus für eine Mahlzeit ansetzen. Und zu trinken gibt es KKD. Das ist dieser wunderbare Malventee aus Ägypten. Oder Hibiskustee. Den kauft man getrocknet. Wasser kocht. Ja, dann tut man einfach zwei, drei Blüten in ein Teeglas oder in eine Teekanne. Aber das sieht so schön aus, das werden Sie gleich sehen. Und der muss natürlich jetzt ein bisschen ziehen, weil bis der Tee seine Farbstoffe hergibt, dauert es eine Weile. Und dann nehmen wir gleich ein bisschen Zitronensaft. Es ist einfach wunderbar. Und schmecken tut es auch. Und ich trinke ein Glas Rotwein dazu. Ist auch rot. Und der hat auch eine schöne Farbe. Und die verändert sich nicht. Das Einzige, ich habe den Kühlschrank kalt ins Glas getan. Ein junger Rotwein, das kann ein einfacher Rotwein sein. Das ist hervorragend dazu. Und hat auch wieder den guten dietetischen Effekt. So, unsere Röllchen sind fertig. Ich habe sie zwischendurch noch einmal mit Milch eingepinselt. Je öfter man das tut, desto schöner färben sie sich dann braun. Und jetzt nehme ich mir einfach mal hier diesen Teller. So, ich tue mal einfach hier ein paar drauf. Die anderen stehen parat. Meinst du, man kann es schon mal kosten? Ja, aber mit Soße hier. Super, oder? Wunderbar. Also ich will hier auf jeden Fall mit dem Brät von der Sonsicha. Aber man kann es natürlich auch vegetarisch halten. Dann hat man noch weniger Kalorien. Genau. Also ich kann es nur empfehlen. Nachmachen. Unser nächstes Rezept orientiert sich an der chinesischen Küche. Denn von den Chinesen, da kann man nämlich beides lernen. Schlanke Küche, schnelle Küche und wohlschmeckende obendrein. Ich habe eine Tasse Reis in den Topf geschüttelt. Ich gebe knapp zwei Tassen Wasser dazu. Diese Tasse Reis reicht perfekt für zwei Personen. Das ist absolut genug. Dann brauchen wir Hähnchenbrust. Habe ich erstmal längs die Brust in zwei Stücke geschnitten. Und das dann jetzt quer in dünne Scheibchen. Ich habe hier Zwiebel, Knoblauch und Ingwer gewürfelt. Chili fehlt noch. Ja, Chili. Quer zur Faser muss man das Brustfleisch schneiden, damit man nachher im richtigen Winkel draufbeißt und es schön zart einem vorkommt. Und das Fleisch wird, das ist der Trick aus der chinesischen Küche, erstmal mit ein bisschen Stärke umhüllt. Gleichmäßig einarbeiten, bis es überall davon überzogen ist. Gleich auch noch ein Tröpfchen Sesamöl dazugeben. Dieses Sesamöl, das sorgt dafür, dass es diesen gerösteten Nussgeschmack bekommt. Und das ist besonders typisch für das Chinesische. Den Reis im offenen Topf so lange richtig heftig kochen lassen, bis so viel Wasser verdampft ist, dass man richtig diese Kraterlöcher sieht. Dann Deckel auflegen, auf kleinste Stufe schalten, also auf anderthalb oder zwei. Und jetzt ausquellen lassen, bis unser Essen fertig ist. Das dauert jetzt nochmal ungefähr zehn Minuten. In der Zwischenzeit habe ich den Wok heiß gemacht. Ich gebe einen kleinen Esslöffel von dem neutralen Öl rein, also Erdnussöl, Sojaöl, was Sie sonst auch immer nehmen. Und jetzt das richtig heiß werden lassen in diesem schon mal vorgewärmten Wok. Und dann drehen und wenden, bis die Wände auch davon überzogen sind. Und in dem Augenblick geben wir als allererstes das vorbereitete Hühnerfleisch rein. Direkt in die Mitte, die ist ja die heißeste Stelle. Gleich obendrauf ein bisschen ein paar Salzkrümel geben und an die Seite vom Fleisch ein paar Krümel Zucker. Die karamellisieren sofort an der heißen Fläche und geben einen guten Geschmack. Und wir lassen jetzt das Fleisch erstmal 20 Sekunden lang, ohne es zu bewegen, in dem heißen Wok sitzen. Und gehen dann damit unten drunter und dann sieht man, wie sich das ganz leicht löst. Und kippt es einfach um, damit es jetzt auch auf der anderen Seite schön anbraten kann. Und dann kannst du mir schon mal geben, die Züge verteidete, jawohl. Und jetzt fangen wir einfach an, immer wieder zu rühren und alles zu bewegen, damit die Zutaten im Zentrum des Woks drübergeführt werden. Und dann aber wieder an die etwas kühlere Fläche an der Wand ausruhen dürfen. Und dann schaufen wir wieder ein bisschen Platz. Und dann kommt jetzt Ingwer, Knoblauch, Chili an die heiße Stelle. Knoblauch, Knoblauch, Chili. Alles wieder drüber schaufeln. Platz machen. Die Zwiebeln, Frühlingszwiebeln rein. Paprika, also es ist ja schon mal eine sehr farbenprächtige Angelegenheit. Und was vieles Fleisch zutrifft, dass es schön zart bleibt, trifft bei den Paprikaschoten und der Zwiebeln zu, dass sie schön knusprig bleiben und dass die Feldstruktur nicht zerstört wird. Es ist alles knackig frisch. Wir geben ein Löffelchen Sojasauce dran am Brand anwiesen. Dann kann es an der Topfwand bis zum Boden runter. Das ist aus der Soße. Das schafft man sich so viel. Das reicht. Und ich brauche jetzt eigentlich ein bisschen Sherry. Du kriegst von mir einen Apfelsaft. Der geht auch. Sherry und Brühe steht im Rezept, aber Apfelsaft geht auch. Zwei Essen. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Koriandergrün hast, dann wären wir mit unserem Gerücht auch schon fertig. Schauen wir mal, was der Reis macht. Jawohl, den lockern wir jetzt mit der Gabel auf. Normalerweise koche ich den Reis ja immer im Reiskocher. Ich finde, dass das viel einfacher ist. Es ist einfach praktischer. Man füllt es ein, schaltet es ein, stellt es weg und alles gut. Wir geben jetzt eine Portion von unserem Hähnchen mit buntem Paprika. Und daneben, da kommt jetzt noch Koriandergrün drauf. Koriander immer ganz zum Schluss. Der ist hitzeempfindlich. Goldener Reis. Und das duftet ja köstlich. Bitte sehr. Kannst ja gleich probieren. So lobe ich mir schnelle und schlanke Küche. Oder? So kann jeden Tag gehen. Ja. Wunderbar. Herrlich. Selbst ein Teller Pasta ist erlaubt, wenn es schnell gehen soll und wenn man nicht zu viele Kalorien. Also als allererstes den Nudeltopf aufsetzen. Und Moritz hat auch schon den Wasserkocher in Bewegung gesetzt. So wird auf zwei Kochstellen für heißes Wasser gesorgt. Also dauert es nur die halbe Zeit. Wir machen den Dänken drauf, damit es schneller geht. Und legen uns schon mal bereit die Menge von Spaghetti, die wir brauchen. Sagen wir mal hier so eine halbe Packung. Das sind ja Spaghetti, was? Spaghetti, ja. Die gehen schneller. Also, wir brauchen für den Sugur, habe ich getrocknete Steinpilze, schon mal eingeweicht. Mindestens eine halbe Stunde, aber besser noch länger mit kochendem Wasser bedeckt erst mal einweichen. Dann haben die Steinpilze wieder viel von ihrer ursprünglichen Größe zurückgewonnen. Und nun wird es fein gehackt. Und ich hacke Petersilie, habe eine Zwiebel schon vorbereitet. Dann fangen wir doch gleich mal mit der Zwiebel an. Die braucht ja auch eine Weile, bis sie schön weich ist. Machen wir mal hier an. Und nehmen von dem Öl, in das die Tomaten eingelegt sind, die getrockneten. Nicht zu viel, wir wollen ja Kalorien sparen. Und wenn das Öl heiß ist, dann bist du so lieb und gibst schon mal die Zwiebeln rein. Schön fein gewürfelt, das ist ganz wichtig, damit es gleichmäßig gar wird. Und alle Zutaten für den Zuge ineinander verschmelzen. Jetzt nehme ich mir hier auch eingelegte Tomaten. Ich denke mal, da reichen so fünf. Und auch die fein hacken. Und auch den Knoblauch fein hacken, der kann allerdings ein bisschen grober sein als die Zwiebeln, weil der wird ja schnell weich. Jetzt gehe ich auch noch mal quer durch, damit sich alles ordentlich miteinander mischt. Und bevor die Zwiebeln bräunen, ein bisschen rütteln und schütteln an der Kranne. Zwei Löffel Salz rein. Pasta braucht unbedingt ein gesalzendes Wasser. Und in das Wasser die Spaghetti stellen und langsam hinein sinken lassen. So, dann kommt hier der Knoblauch zu den Zwiebeln. Ein bisschen Chili darf da ruhig auch dazu. Dann nehmen wir ein getrockneter. Ja, eine gute Idee. Und hier kocht unser Wasser heftig. Deswegen lassen wir jetzt die Pasta ein bisschen untersinken und rühren einmal um. Das ist auch wichtig, damit sie nicht zusammen gebackt. Guck mal, da habe ich gelbe Vogelaugen. Sehr gut. Und die Pasta ist in sieben Minuten gar. Und wir haben bis dahin auch alle Hände voll zu tun. Und jetzt habe ich die einfach zerbröseln. Die getrockneten, die braucht man ja nicht zu hacken oder sowas, sondern einfach zerbröseln. So, und dann können wir auch schon mit den gehackten Tomaten und Pilzen dazu kommen. Und das Einweichwasser, das ist natürlich Basis für den Suwo. Das wird nach und nach angegossen und immer wieder eingekocht und verschmilzt dann mit den Zutaten hier zu einer cremigen Soße. Also, vorsichtig schütten. Es könnte sein, dass da unten im Schüsselboden Sand liegt, weil das lässt sich nie vermeiden, dass da nicht auch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Und das wollen wir aber nicht mitessen. Also, alles oben abgießen. Der Sand ist ja schwer und bleibt unten in der Schüssel. So, und gehackte Petersilie kommt da auch ein bisschen davon gleich in den Suwo am Anfang rein. Der Rest kommt zum Schluss rein. Ganz wichtig, dass man die Petersilie schon gleich von Anfang an mitschmorgeln lässt. Dann entwickelt sie sich schöner und gibt noch mehr Geschmack ab. Aber weißt du, was du mir jetzt noch geben könntest? Einen kleinen Löffel Tomatenpüree. Ein Tomatenpüree. Wegen der Farbe. Ja, super. Noch ein bisschen. Ja. So. So, noch ein bisschen einkochen, ein bisschen Salz dran. Pfeffer brauchen wir nicht, weil die Chinschote hat sehr für... Pikanz gesorgt. Pikanz gesorgt, genau. Das Wort hat mir gebildet. Das ist a la rabiata, sozusagen. Und ansonsten ist es ja ein ganz vegetarisches Essen, wenn man so will. Sieben Minuten sind schnell vorbei. Also, die Spaghetti nicht abgießen, sondern am besten mit so einer Kaffee. Die Zange direkt aus dem Kochwasser, tropfnass hier reinfüllen in die Pfanne mit dem Sugow. Und das muss jetzt natürlich erstmal hier schön vermischt werden. So, wie viel willst du davon? Da gibst du mir jetzt die Hälfte davon hier gleich drauf. Genau. Und die andere Hälfte, die stellt man gerieben auf den Tisch und dann kann man sich noch nachnehmen, wenn man das Gefühl hat, es reicht einem nicht. Der Käse ist nämlich nicht nur gewürzt, sondern der sorgt eben auch für eine schöne Bindung, dass der Sugow gut an der Pasta haften bleibt. Na, wer sagt's? So ist es doch immer. Wenn man es besonders gut machen will. So, dazu habe ich einen Rotwein ausgewählt. Ich denke, das ist genau das Richtige. Ein Gläschen ist aber erlaubt. So, wie das riecht, glaube ich, passt das sehr, sehr gut zusammen. Das übrigens, so ein üppiger Tellerpasta hat auch nicht mehr als 350 Kalorien. Ist ja toll. Da kann man ja zwei von essen. Die sind heute nicht gestattet. Natürlich gibt es auch was Süßes. Selbst wenn es schnell gehen soll und man Kalorien sparen muss. Ja, ist das Süße jetzt zusätzlich oder ist das das Hauptgericht? Das muss man seinem Kalorienetat einfach zumessen. Dieses Dessert kostet jeden 300 Kilokalorien. Dann nehme ich lieber eine Portion Honig noch. Und ess den Apfel roh. Das muss man sich einfach aufteilen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Aber es gibt Menschen, die brauchen einfach manchmal was Süßes. Ich fange an und stürze den abgetropften, festgewordenen Joghurt aus dem Tuch in eine Rührschüssel. Aber zunächst mache ich in die Pfanne, die ich hier schon mal angestellt habe, einen Esslöffel Butter. Also da rechnet man ungefähr 15 Gramm mit einem Esslöffel. Und in diesem Löffel Butter werde ich jetzt erstmal die Äpfel, die der Moritz so liebevoll geschält und zugeschnitzt hat. Ich habe die geschält und dann geviertelt. Und dann werden diese Viertel nochmal jeweils gedrittelt in solche Spalten. Schön nebeneinander legen, die Spalten, damit sie auch schön braten und ruhig ein bisschen mehr Schmackes geben. Und die Schale habe ich jetzt versucht in den langen Spiralen abzuschälen und die werden jetzt aufgehängt und dann getrocknet. Und dann kann man einen Apfeltee draus machen, auch ein gutes Getränk zum Nachtisch oder auch zu so einem chinesischen Essen. So, ich gebe jetzt hier von der Zitronenschale ungefähr die Hälfte von der halben Zitrone, gebe ich hier dazu. Die andere Hälfte reibe ich zu den Apfelstückchen. Ich gebe mir nochmal eine Garde, dann kann ich das besser umdrehen. So sehen die doch super aus. Ja, so wird das schön. Und du kannst jetzt mal so lieb sein, das schön glatt rühren. Also Sie sehen, wie schön der Joghurt cremig ist, wenn man ihn einen Tag lang hat abtropfen lassen. Jetzt nehme ich einfach so ein Löffelchen von dem Honig und gehe darüber spazieren. Und dann nochmal schön schwenken. Und gucken, dass jetzt alle Apfelscheibchen von dem Honig überzogen werden. Und dann können wir nämlich schon ausmachen. Sieht super aus. Und das ist auch schon fertig? Das ist auch schon fertig. Jetzt kannst du das hier auf unsere Dessertteller verteilen. Einfach so einen schönen Haufen in die Mitte. Das ist eine große Portion. Ja. Und dann kann man doch sagen, das ist ein sehr hübsches, schnelles, köstliches Dessert, das jeden glücklich macht. Ich habe doch ein paar Minzeblättchen gefunden. Und die kann ich jetzt in Streifen schneiden. So. Und dieser Kontrast zwischen der kalten Joghurt creme und den heißen karamellisierten Äpfeln, das ist wirklich ein ganz extrem guter Genuss. Also, habe ich zu viel versprochen? Nee, sieht auch sehr hübsch aus. Ein schnelles Dessert, was köstlich schmeckt und wirklich nicht viele Kalorien liefert. Ja, und das war es dann schon wieder. Wir hoffen, das hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und wir haben Ihnen ein paar Ideen liefern können, wie Sie auf schnelle Weise was Gutes auf den Teller bringen, was anschließend nicht auf der Hüfte sitzen bleibt. Ja, aber was ich sehr wichtig finde, es muss schmecken. Weil ich finde nichts schlimmer als Gehäte zu machen, die nicht schmeckt. Tschüss, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.